einen wunderschönen guten tag meine lieben freunde herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem kanal schön dass ihr mal wieder eingeschaltet habt heute zurück vor allem zu einem neuen probefahrt video von diesem schätzchen was hier gerade vor mir steht und zwar handelt es sich hier um eine 2008er huserberg fs 650 eine der allerletzten gebauten echten dicken einzylinder supermodus aus schweden darauf freue ich mich ganz besonders und wenn wir noch mal ein bisschen freuen bevor das video losgeht drückt hier unten den like button das scheint mir für youtube sehr wichtig zu sein in der letzten zeit deshalb würdet ihr damit draußen den fein tun jetzt geht's los mit dem intro und dann sehen wir uns gleich auf dem motorrad so ein paar worte noch vorab zu dem motorrad und zwar was ich gerade schon sagte 2008er huserberg fs 650 dieses motorrad ist komplett serienmäßig das heißt alle diese mega geilen hochwertigen hightech komponenten die hier verbaut sind hat huserberg damals bei diesem motorrad serienmäßig verbaut das ist so glaube ich fast bei keinem hersteller sage ich jetzt mal angeboten worden wie jetzt in diesem paket hier ist ktm hatte damals die sms und die sxs version von ihrer 560er das ist eine abgespeckte lc4 im grunde genommen mit mit einem rennmotor aber so richtig so wie diese hier ist meiner kenntnis nach fast nichts gebaut worden und das macht dieses motorrad so sehr besonders und vor allem sind die einfach echt selten geworden klar ich meine 2008 ist jetzt schon zwölf jahre her und den oder anderen motorrad ist sicherlich auch kaputt gegangen in den zwölf jahren und da hat huserberg nicht mehr gibt ist das was ich sehr schade finde ist dieses motorrad hier ein absolutes schätzchen und kann eigentlich nur noch an wert gewinnen also die dinger werden nicht mehr billiger im gegenteil die werden eigentlich nur noch teurer deswegen solltet ihr sowas irgendwie zuhause in der garage stehen haben und ihr seid euch nicht sicher was er damit macht behaltet sie weil diese motorräder sind wirklich erhaltenswert meine persönliche meinung ja eh kennt es aber dumm weiter quatsche schnallt mir einen helm auf ich nehme euch wieder mit mit der helmkamera wir sehen uns also gleich auf dem motorrad los geht's und dann Bis zum nächsten Mal. Wie geht's los? Guck doch mal, wie schön sie ist. Das Einzige, was hier übrigens nicht serienmäßig ist, ist die Akrapovic-Komplettanlage. Aber ansonsten ist an dem Ding alles original. Sebastian hat ein paar Sachen gemacht. Er hat Samco Sportschläuche verbaut ohne Thermostat. Das heißt, die läuft nicht ganz so heiß, weil immer der große Kühlkreislauf läuft. Basti hat ansonsten noch so ein paar Klinigkeiten gemacht. Er hat hier diese wunderschönen Gabelbrücken in so blau-metallic-pulvern lassen. Da ist sehr, sehr hoher Metallic-Anteil drin. Ist wahrscheinlich meistens auf der Kamera nicht gut zu sehen, aber ist so richtig schön glänzend metallisch. Schwinge ist, schwarz hier pulvert. Die Radnaben werden jetzt noch in dem blau hier pulvert. Also die ist immer noch im Bau und wird auch immer noch ein bisschen hübscher gemacht. Aber so wie sie jetzt hier dasteht, wäre sie auch für mich die perfekte Husabag. Früher oder später wäre ich vielleicht noch zu gucken, ob ich hier ein paar andere Kühlerprotektoren finde in einer anderen Farbe. Ansonsten ist das Motorrad echt wunderschön, so wie sie dasteht. Und damit fahren wir jetzt. Los jetzt! 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 Was? Hahaha! Alter! Hurray and Hurrey and Hurrey and die bremse alter verwalter also das was am besten beschreibt ist das fährt wie meine smr nur mit viel mehr leistung das ist ein rennmotor da ist ja also die bremse das fahrwerk das ansprechverhalten im unteren drehzahlbereich passiert hier gar nichts im vergleich zu dem was denn ab der mitte passiert ist ja böse also weil da mit rechten mittel fährst du los hoch und tuckerst da so ein bisschen rum und dann hast du auf einmal irgendwie hier das erste mal gehabt da bin ich hier im dritten da war ich gar nicht schnell wo ich das zweite mal lang gefahren bin tü 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 tucker da so rum dritten auf jetzt sofort aufs hinterrad alter im mittleren drehzahlbereich wahnsinn krass also ich wusste ja dass die krass sind aber das ist echt derbe also wirklich derbe das ist nochmal ich meine ja das ist jetzt natürlich auch schwer zu erklären das ist wirklich dadurch dass man ja so in etwa eine vorstellung hat ich meine ich bin ja schon ein paar einzylinder supermodos wie fahren aber das lässt sich auch mit so einer 4,50er nicht vergleichen eine 4,50er hat Leistung so eine tolle viel Leistung und so dass du so im Grunde genommen im mittleren drehzahlbereich fahren die gut und obenrum fahren die auch gut ich bin hier erstaunt wie gut die obenrum geht alter das ist ja obenrum für so einen langhuber wahnsinn dass da obenrum noch so viel passiert ja die springt richtig los da nochmal raus zu gucken ist krass ja also ist echt wahnsinn so da sind wir also zurück mit der Husaberg FS650 und ich hab grad Sebasti schon gesagt der Motorrad hat also mir fällt im Grunde nur um sich ein ähnlicher schlechte Tor zu dem Motorrad ein außer die ist nicht besonders bequem wenn ich erklären müsste wie dieses Motorrad fährt dann würde ich sagen die fährt wie meine SMR nur mit deutlich mehr Power also mit so richtig also der Punch gerade so das Drehmoment in der Mitte ist bei dem Motorrad wirklich unbeschreiblich mehr als ich jemals erfahren habe und selbst die 96 SMC die ja wirklich ein Hardfire und die übelst geile Motorrad ist und eine sehr sehr coole Supermotor selbst die hat nicht so einen perversen Punch aus der Mitte raus wie dieses Motorrad also das ist wirklich wirklich heftig und das aller krasseste wie ich finde ist ja jetzt im speziellen im Vergleich zur 96 SMCR die ja aufgrund des langen Hubs oben total an Drehmoment verliert wenn man sich die Leistungskurve von der SMCR anguckt dann sieht man dass die oben total abflacht und man natürlich fühlt dass sie eher ab 8000 Umdrehungen eher langsamer als schneller wird weil einfach so der Schub nicht mehr da ist und das ist hier ganz anders und die dreht bis sonst wohin ich habe mir ja nicht getraut die auszudrehen weil da oben also ganz oben rum die gibt es wirklich megamäßig ich habe das echt heftig und da also ich finde ja keine anderen Worte dafür außer das ist echt echt krass und ein Motorrad das für die Straße zulassen ist und eigentlich aber fährt wie eine Rennsupermoto glaube ich gibt es nicht nochmal also außer das hier ich müsste mal eine 660 SMC fahren aber ich bin schon eine 625 SMC gefahren und meines Erachtens nach unterscheiden die sich jetzt nicht so mega krass die 625 ist echt gut aber kein Vergleich hierzu dazu kommt noch dass natürlich das ganze Chassis ist einfach von der Ergonomie um schnell zu fahren perfekt der Lenker ist schön flach das Fahrwerk ist sauhart die Bremse ist pervers gut die Bremse ist, habe ich gerade zu Basti schon gesagt, ein Finger du ziehst sie, dann kommt der Druckpunkt und das Motorrad bremst aber nicht wie jedes andere Wettbewerbsmotorrad was ich bisher hier fahre sondern es verzögert echt stark bevor sie anfängt das Hinterrad zu heben also das heißt um mit dem Motorrad ein Stoppy zu machen muss man wirklich mächtig in die Eisen gehen weil einfach der lange Radstand und das harte Fahrwerk dafür sorgen dass das Motorrad megamäßig abbremsen kann die Verzögerung von dem Motorrad mit dem harten Fahrwerk im Vergleich beispielsweise zu meiner 300er die ja doch noch mal ein ganzes Stück leichter ist als die hier ist viel viel besser einfach weil das Fahrwerk sauhart ist und weil dadurch natürlich die Bremsperformance in dem Moment wo man das erste Mal an der Bremse zieht viel viel besser ist als das beispielsweise mit dem weichen Enduro Fahrwerk überhaupt möglich wäre das ist echt heftig ansonsten Sound klar Digga 650 Kubik Einzylinder der so dreht wie das Ding ist wirklich heftig also Sound mäßig gibt es fast nichts geileres Einzylinder mäßig als das hier ja also wenn ihr von mir eine Empfehlung hören wollt ich würde sagen wenn du sowas im Internet siehst und das bezahlen kannst kauf es weil das ist wahnsinnig geil war alles oder? Bremse Power ja das ist halt ein Rennmotorrad das ist ein Rennmotorrad man scheiße und eigentlich darf ich soweit nicht Probe fahren das ist nicht gut für mich und schon gar nicht für mein Geldbeutel meine Frau bringt mich um wenn ich mir so ein Ding irgendwann noch zu Hause hinstelle das ist Polen offen aber das später vielleicht mach ich sowas mal irgendwann aber erstmal nicht ja ich glaube das soll das erstmal gewesen sein von mir ich hoffe das hat euch gefallen mir hat es auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht war ja nicht so eine lange Probefahrt jetzt aber das hat auf jeden Fall gereicht um zu wissen dass das Motorrad ultra geil ist ja meine lieben Freunde vielen Dank dass ihr immer wieder eingeschaltet habt tut mir gefallen drückt hier unten bitte mal den Abonnieren Button würde ich mich sehr darüber freuen mir bleibt nichts weiter übrig als mich zu verabschieden ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal